So, liebe Supersuchtis, da sind wir wieder hier bei Defiance. Ja, wir haben hier die hübschen, hübschen kleinen Spinnen gerade umgebracht. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ich brauche ein neues T-Shirt. So, weiter geht's. Wir müssen natürlich eigentlich mal hier jetzt wieder einen Wegpunkt setzen. Jetzt, wo wir wissen, wo es geht. Bling! Oder gibt es irgendwie noch was näher dran? Nö, gibt es nicht. So, bevor wir uns hier wieder irgendwelche scheiß Viecher angreifen. Oh, was ist denn das? Ach, wie schön! Ach, hier geht's ja ab. Hallo! Macht mal, Jungs, macht mal. Seid mal kreativ. Es ist übrigens Nacht. Eben sei noch drüber geredet. Das ist ein sehr schönes Spiel. Man macht eigentlich... Was ist denn jetzt so was? Man macht ja nicht wirklich viel, außer von irgendwelchen widerlichen... Ah, widerlichen... Weiß nicht, hätte es nicht was anderes sein können. Müssen es Spinnen sein? Ohne Scheiß? Ich hasse fucking Spinnen. Spinnen, weil ich glisperlich. Was hier alles abgeht. Da ist Gregor. Hey, Gregor, altes Haus. Ja, okay, gut. Wenn es so ist, warum nicht? Warum auch nicht? Oh mein Gott, I'm losing my mind here, Peter. Aber sehen wir jetzt hier mal wieder ein bisschen die Gegend. Diese Map ist ja riesig. Da ist schon wieder irgendein Typ. So sieht übrigens die Welt aus, wenn das hier... Ja, wenn es hier so weitergeht, dann sieht so die Welt aus. Bin mal gespannt, ob es mal irgendwelche andere Missionen gibt, außer... Finde irgendwelche fucking Spinneneier. Lass sie schlüpfen und über dich rüber... Oh, krabbeln. Wenn ich nur daran denke, wird mir ganz kalt, ey. Oh, ist das widerlich. Oh, ich glaube, ich habe die falsche Auswahl genommen. Nehme ich gar keine. Na ja, macht ja nichts. Hö, England. Guck mal, da hinten hätten wir hingemusst. Wollen wir hier, waren wir da schon mal? Oder? Ist das nicht dieselbe Brücke, wie wir schon mal waren? Oh. Ah. Ich bin der Held der Leitplanke, so. Ich schaff's doch. Auf geht's. Auf geht's hier, mein Freund. Da sind wir jetzt ja schon, Mensch, ja. Der Wahnsinn ist das, gell. Du mein, das ist doch absolut, der Wahnsinn ist das, gell. Da, hier, da, ist ja. Da leuchtet das. Was? Na, endlich mal Mutant Soldiers. Da, you son of a bitch. Oh, f*** euch doch alle. Oh, nicht schon wieder. There is no what? Ego Upgrade. Yay. Das ist immer gut fürs Ego, wenn man's upgraden kann. Oh, Gott. Diese Waffe hat irgendwie nicht genug Muni. Kann das sein? Sag mal, sterben die überhaupt noch? Diese Mission war für mehrere Leute gedacht, ja, jetzt haben sie auch noch Granaten. Habe ich auch noch einen? Ne, natürlich nicht. Ich kann einfach nicht zielen, das ist das Problem. Hör, Flupy hat gesagt, der ist scheiße. Oh, jetzt habe ich gerade jemanden umgebracht, den ich nicht hätte umbringen dürfen. Ich finde es auch toll, dass ich ihn da hinten in den Kopf schieße, dass bei mir der Sound, dieses Flutsch-Flutsch aufkommt. Warum sind die gemacht? Ab für Moose oder was? Sterbe, mein Sohn. Du hast das falsche Bild genommen. Was? So, hier, den können wir wiederbeleben. Den Ali können wir wiederbeleben. Damit hast du nicht gerechnet. Ali Baba. Face. Was ist das? Möchtest du aufnehmen? Darf ich das aufnehmen? Was ist denn das? Wer bist du? Achso, nee. Wer ist er denn eigentlich? Bösser? Nee, das sind ja alle lieben hier. Ja, mein Wahnsinn, ne, dieses Spiel. So, jetzt haben wir irgendwie ein Ego-Update. Wo haben wir denn? Oh, what the fuck? Hier, gehen wir da drauf. Charakter, Social, bla, 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 Settings, bla, bla, bla. Wie kann ich nochmal Ego aufrufen? Ich weiß es nicht mehr. Charakter. Ähm. Ego. Da, hier, guck mal da. Können wir da jetzt irgendwas? Nee, können wir nicht. Was ist nur das? Combat Medic. You take less damage while reviving other players. Achso, nee, das brauchen wir nicht. Take less damage from behind. Ha, ha, ha. Von hinten. Der hat gesagt von, ja. Von hinten. Okay. Increase the recharge rate of yourself revive. Full reloading a weapon extends the duration of active ego power, whatever. Full reloading a weapon recharges your ego power. Aha. Okay. Egal. Ah, guck mal, hier sind ganz viele andere Missionen noch in der Nähe. Können wir endlich mal hinspringen. Ist ja nicht mehr so weit weg. Die paar Meter. Böser. Guck mal, wie lange das dauert, den... ...umzubringen. Das dauert doch ewig, oder nicht? So, gehen wir mal zur Missionen da und fertig. What the fuck? What the... La la la. La la la. Using the intel you found. We now know that Terraform blast at the battle of defiance was a wave of Dag-Mag-Energy. Hey, that could only be produced by a Terra-Spiral and one of those hasn't been seen in over 10 years. No one else can have this intel, so erase all the EMC-Databanks that harbor this information. Okay, good, ja, kein Problem. Brauchen wir sehen. Ach, da, okay. Ja, pff. Aha, ist doch gar kein Problem. Da, hier, fress mal die Scheiße. Oh, ganz viele Menschen. Böse Menschen. Ja, springen halt irgendwie drei Kilometer. What the fuck? Alter, weil die Shotgun ja irgendwie besser, ne? Guck dir das mal an. Wie viel du da rumschießen musst mit diesem scheiß Licht hier. Oh! In your fucking head. Gehen wir mal hoch. Ist ja jetzt auch so langsam auf einmal. Können wir hier rein natürlich nicht. Ist das ein Jump-Head oder irgendwas? Nein! Okay. So, jetzt fehlt es eigentlich nur noch. Dass mir irgendeine Scheiß-Spinne ins Gesicht fliegt. Ach hier, Jump and Run auch noch, oder was? What the fuck? So, hier, tipp mal ein bisschen was ein. Ah, du sneaky little Bastard. Spawn doch einfach mal, ja? Ist ja überhaupt nicht random. Da, hier kommt Tekken. Los! Take it in the face! Du widerliches, hässliches, hässlokind, Alter. Oh hier, wir könnten eigentlich ihm checken, dann los schicken. You fucking dumbass. Hui. So, wo ist der nächste? Renn halt bloß nicht hin. Meine Fresse, könnte es ja schlank werden. Ist ja irgendwie extrem weit entfernt. Muss ich da irgendwie hoch? Äh. Ne. Oh, guck mal, das ist ein anderer. It's another player. Oh, guck mal, das ist ganz viele andere Player hier. Jetzt geht's ja los. Hey, kennen wir's. Wie geht's? Ich gehe auch mal hin. Und Erase mal hier ein bisschen. Mit E. Wegen E. Hals, Maul. The enemy. Ja, hier, guck mal, hat ein bisschen Spaß mit dem Typen. Guck mal, da. Hörst du ja dumm. Gott, wie kann der so scheiße sein? Oh, was ist denn das? Light of the Fallen? Aha. War nicht alt. Was war denn eigentlich wegspringen? Warte. Fuck. Fuck. Oh, fuck. Egal. Los, komm. Auto. Und weiter geht's. Dieses Spiel macht so viel Spaß. Ich möchte es den ganzen Tag spielen. Der Wahnsinn. Oh ja, nicht. Was ist denn 14 minus? Ich weiß es nicht. Warte mal, was ist denn das? Äh. Es sind ja schon wieder 10 Minuten. Es sind ja schon wieder über 10 Minuten. Wahnsinn. Zeit für den nächsten Teil. Äh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.